Auf Freunde könne der Prinz nicht zählen. Nicht, weil er sich vor ihnen zurückgezogen habe, sondern wegen Megan, die alle sukzessive verkrault haben soll. Sie hat sich in ihre WhatsApp-Nachrichten eingemischt und hat versucht, ihn davon abzuhalten, sie zu sehen, behauptet der Insider und führt weiters aus, in Monte Cito gefangen zu sein, führte dazu, dass Harry sich noch mehr nach alten, vertrauten Gesichtern sehnte. Jetzt, dass sich alles wieder öffnet, will er unbedingt geheime Trips unternehmen, um alle zu sehen, Freunde und Familie, und lässt Megan zurück. Kürzlich machte er alleine einen Ausflug zu einem Rodeo, obwohl er wusste, dass Megan die Tierquälerei ablehnt.